kein bock herzlich willkommen zu diesem video ich habe mit glisser ein bisschen pvp gespielt für das bisschen bad was dann noch ein bisschen sky was um der ja das war es mit meiner an mod jetzt wünsche ich euch noch viel spaß mit dem video nein Achtung oh mein gott da kommt schon, ja ich habe das Bett nein, ich bin tot ok, ich bin ultra verimt gerade oh da kommen, blau, blau ist da ich habe ihn, mein Aim ist gerade wirklich Katastrophe, muss ich sagen, ich veraime die ganze Zeit achte ist schon da, oh, pass auf ich bin da, er sieht mich nicht, nein ich habe ihn, hier bekommen keiner keinen Aufwand und ich bekomme ultra vieler, obwohl ich gerade aufgeregt bin Oh, wow. Wie kann er mich noch hinten? Das ist so krass. Ach, ich lebe ja noch. Oh mein Gott. Hä? Hi. Brauchen wir mich nur einmal zu stormen und schon bin ich tot. Ja, ich bin tot. Das ist viel zu krass. Ich hatte da sogar ein Logo und der hat einen Aim von was weiß ich was. Da kommt einer. Ciao. Ja, ich hab schon keinen Bock mehr auf Bad. Was, wenn die alle so reinschnitzen? Das ist so krass. Oh, der tippet sich. Tot. Ja, oh Gott. Ah, da sucht einer. Nice. Ich liebe es super. Oh, da kommt einer. Oh shit. Der ist aber nicht so gut. Ja, easy. Könnt ihr sie versuchen runterzulocken? Egal. Sterb einfach, dann haben wir noch eins. Ich glaube, der eine ist tot. Es sind beide tot. Sie müssten sich im besten Fall trennen. Ähm, die blocken so. Heißt das jetzt, sie wollen teamen? Oder wollen sie einfach, dass ich zu ihnen komme und sie mich dann töten können? Oh, der tippet sich. Oh shit. Gut, dass ich den Gap gegessen habe. Dann kann ich sie einzeln töten. Easy. Komm, kriegst du jetzt noch. Ja, den hast du. Lass du. Nur runter und noch. Oh shit. Ja. Ah, die sind schon da. Die haben beide so einen komischen Skin. Nein. Achtung. So. Oh shit. Ja. Geben runter. Geben runter. Geben runter. Geben runter. Geben runter. Achtung. Ja. Ja. Jetzt hast du noch. Ah, ne hast du noch nicht. Okay. Jetzt halt jetzt. Ne, man hat die Leute. Der, 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 der. Ich hab mich jetzt ab. Ich hab jetzt vielleicht versucht auszuweichen wegen Schneebellen. Musste halt ein Koppel sofort gehen. Oh Gott. Nein. Ich ertränke gleich. Hast du reps? Hast du reps? Ja, 16. Ja. Wo ist er? Achtung, Poi. Schirm ihn jetzt ab. Schirm ihn ab. Schirm ihn ab. Oh mein Gott. 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 Oh nein. Ich hab keine Rot. Oh mein Gott. Geh einfach hoch. Holy shit. Wobei ich, ich würde vielleicht den einen einfach angreifen. Der ist, der ist tot. Der eine ist tot, ne? Ja. Oh mein Gott. Komm, komm. Geh einfach runter. Ich bin so. Jetzt, 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 jetzt. Wenn der, wenn der, wenn der sich so baut, dann geh ich runter. Oh shit. Ja. Ich war low. Ähm, die kommen jetzt schon. Ich muss die schnell töten, bevor ich mir noch mehr kraften kann. Oh ja. Soll ich mit der Ender-Panel zu dir kommen? Soll ich zu dir kommen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schaffe ich's. Ja. Wo bist du denn? Oh shit. Wo bist du denn? Bei uns irgendwo. Keine Ahnung. Oh, ihr habt ne Sense. Ja, ich hab ihn. Ich hab ein EP. Unessenze. Der ist gelieft. Easy. Ich hab's geschafft. Okay, da ist ein Gegner. Pass auf. Pass auf, Rod. Ja, ich hab einen. Nice. Oh shit. Ähm. Ich bin dumm. Wieso? Ich bin sowas von dumm. Warte, Ender-Perler hab ich gewor- Oh! Gott. Ich hab ein großes Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Nein! Oh shit. Hä, wo ist die Wasserquelle? Hä, wo ist die Wasserquelle? Ich hätte es fast geschafft. Ab Jahr zu wenig wegbekommen. Ich hätte die Sense benutzen. Oh. Oh. Oh Gott, war das dumm. Oh. Das war so lost von mir, wirklich. Das war so dumm. Ich war kurz so, komplett so. Ja, ich würde jetzt töten. Rennen. Ja, das war komplett riskier. Oh Gott, war das dumm. Nee, keine Ahnung. Er schubt. Er schubt, er schubt, er schubt, er schubt. Ich bin fast tot. Ich hab ein kleines Problem. Ja! Oh shit! Oh mein Gott. Versteht's. Warte, geht rechts? Nein! Ja! Oh, nice. Bist du da? Ja, der ist gut. Ah ja. Ja, ich bin da. Ups. Jawoll. Okay, nice. Ich loote hier gerade. Wow. Lol. Okay, GG. Alles klar. Es war doch so eine Runde. Ja. Öfter haben sie. Und die war doch schön. Oh shit. Ja, ich komm mit ihm. Ich bin fast tot. So, ich versuch mal in die Mitte zu kommen. Ja, ich bin tot. Ich hab mich in den Tod gepurlt. Ich kann dir nicht helfen, ne? Oh, ich komm mit ihm. Ich hab ihn auch, glaub ich. Ja, helf mir, helf mir. Ich hab halt keine Hose. Ja. Ja, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Wo? Und von da oben kommen Schneebälle runter. Ah, da. Oh shit. Ah. Alter, Junge. Ich hab so... Du bist so der Pro mit Schneebällen. Okay, der ist weg. Ah, ich bin tot. Was heißt, was heißt, was heißt? Bist du tot? Ja. Ja. Ich hasse solche Leute wirklich. Ich hab aber keine... Da kommen Gegner, pass auf! Ich hab den einen... Wieso tot? Ich bin halt... Alter, was, was? Guck mal. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin auch fast tot. Hilfe. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Wir haben verloren. Wow. Ihr habt mich jetzt dann gleich. Ihr habt mich im Web da. Ich hasse es. Okay. Ich lebe noch. Okay. Danke. Weiter. Nein. Nein. Ah shit. Hä? Was war das gerade? Hä? Hä? Wo war das Wasserpitzchen hin? Es war einfach kurz weg. Oh shit. Ah, Junge. Achtung, 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 Achtung. Der... 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 Oh shit. Der macht TNT Boost. Er macht jetzt. Okay, warte, warte, warte. Ich versuche mit Schneebellen zu treffen. Was? Brauche ich das da unten? Nein. Nein. Ich bin direkt auf dieses... Ich bin direkt auf diesen Scheiß Tauen gefallen. Oh man. Warum jetzt auch direkt... Ich hätte einfach ein bisschen weiter nach hinten, dann wäre ich nicht hin. Dann wäre ich im Scheiß. Man. Er hat ne EP. Warte mal wieder Blöcke. Am besten eher. Wenn du... Wenn du im Wasser bist, dann... Wasser machst du weniger drauf. Ich bin tot. So gut wie... Ja. Erpeilt, erpeilt, erpeilt. Easy. Nein. Tot. Oh mein Gott. Weil die Gänse nicht gefokust sind, hast du nicht hinbekommen. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, easy. Ich bin gleich tot, glaube ich. Ah, hier ist das Dias Schwert. Falsche Hotkey. Holy shit. Geschafft. Er ist tot. Ich habe ihn. Nein, du kommst jetzt nicht zu mir. Du steigst full Dias. Was willst du denn von mir? Oh, One-Hit war er einfach. Oh, war das mies. Junge, lass mich aus einem blöden Schneebeln in Ruhe. Oh, Minecraft Sound sind cool. Wäre sonst wahrscheinlich gestorben. Was will der denn? Dann töte ich hoffentlich gleich mal den, der nicht stinkt. Oh shit. Nein. Und tot. Geh mal in irgendeine One-Wee-One. Oh shit. Eigentlich war es das jetzt mit dem Video. Wir haben da noch ein bisschen One-Wee-One gespielt. Das war jetzt nicht so spektakulär. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und auch ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Schaut auch bei Glizzard vorbei. Sein YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Auch die Dude.